Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir befinden uns immer noch im Diner hier bei Joyce, bei Frank und bei Warren. Und da draußen tobt immer noch der Sturm. Doch wir haben ja in der letzten Folge noch so ein bisschen mit den Leuten geredet. Ein paar Menschen konnten wir retten, wie zum Beispiel Elisha, ein Fischer und noch so ein Typ. Ja, doch jetzt ist es an der Zeit, zu versuchen, das Ganze rückgängig zu machen, ein letztes Mal in die Zeit zurückzuspringen, Chloe zu retten und vielleicht die Stadt zu evakuieren, bevor der Sturm kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt erst mal mit Warren. Erste Hilfekasten. Das machen wir erst mal. Good job, Warren. Ich hoffe, diese Suppeien sind genug. Schau, Warren. Sie versuchen immer, zu helfen. Dann muss er uns jetzt ein letztes Mal helfen. Ich liebe es zu sagen, ich bin glücklich zu sehen, aber ich bin so glücklich zu sehen, dass du sicher bist. Das ist okay. Das wichtigste ist, dass du sicher bist. Und ich weiß, dass du dich selbst beherrschst, nach Nathan. Du solltest das ein lange Zeit gemacht haben. Aber verdammt, Max. Ich kann nicht glauben, dass du hier in der Mitte einer E6-Tornado führst. Just für eine Fotografie? Ich meine, ich weiß, du nicht gekommen bist für mich. Warren, ich kam für all of you. Just tell me, du hast die Fotografie. Ich will nur... Now shut up und listen. Oh, ja? Du hast endlich gesagt, was du nie in der Parking lot getan hast? Ich wünsche, ich hätte. Also, ich werde dir sagen, ohne keine Explanation. Trust mich, okay? Ich immer so. Du solltest wahrscheinlich sagen, kurz. Ich hatte eine Vision in Jefferson's Class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? Das könnte beides stimmen. Die Frage ist nur... I think that the storm started everything started when I found out I could rewind time. There's no way this is just a coincidence, right? Was ist denn mit ihr Lippen? The birds, the whales, everything. Oh, because... Because of me? How? I'm not a real scientist. Even though I play one at school, but... This seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. Huh? What happened with Jefferson? Did... Did he hurt you? Er hat Nathan benutzt, um Drugs und Geld für ihn zu bekommen. Jefferson hat mich abgemacht, hat mich mit einer Drugs und ... ... und hat eine Sitzung von mir. Es ist so schrecklich. Max. Ich bin sehr entschuldig, dass du all das durchgehen musst. Du bist der wundervollste Person, den ich noch kennengelernt habe. Ich will, ich will, ich will, ich will. Wo ist er? Er ist. Geschichte. Was muss ich schnell ändern, um es wieder richtig zu machen? Ist das schlecht? Für jede Reaktion, gibt es eine Reaktion. Wenn du, oder die Zeit verabschiedst, vielleicht hast du Reaktion eine Reaktion. Auch in der Umwelt. Du bist meine Freundin, Warren. Du glaubst mir, oder? Ich habe noch jemanden, außer Chloe. Und sie kann mir jetzt nicht helfen. Ich weiß, dass ich ein Schmerz in den Arten bin. Und du hast mich immer als eine Person verabschiedet. Nicht als ein Beta-Nerd. Ich habe schon gesagt, dass ich dich immer verabschiede. Ich habe nur gedacht, dass ich meine Macht verabschiede. Ich glaube, dass wir nie wissen, ob es magisch oder science ist. Auch wenn es ein Wizard oder ein Wurmholt ist. Du bist ein Teil von etwas größeres. Ich glaube nicht, dass ich Fade oder Destiny bin. Aber nach dieser Woche... Ich weiß, dass ich keine Scheiße weiß. Das macht uns beide, Warren. Ich weiß, dass du hier bist für ein Grund. Und... Ich glaube, dass es dir wichtig ist, warum. Max... Ich bin sorry, dass du in dieser Stelle getrennt hast. In dieser... Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich habe total faith, dass du das richtig machen kannst, wenn die Zeit kommt. Ich bin so stolz von dir, Max. Wie könnte es noch ein wichtiger Moment in der Geschichte sein? Und ich bin in der Mitte mit dir? Also danke dir, dass ich mich verabschiede. Danke, dass du hier bist. Sempre. Max... Du... Du... Du denkst, dass das... ... das Ende ist? Nein, das ist nicht das Ende. Hey... Sei vorsichtig da draußen. Ja, komm. Für Glück. Du... Insofern nicht wir aus dem Differenzierten. Ich weiß, Warren. Natürlich wirst du. Ich werde es richtig wählen. Ich s checking. Das ist der Grund, dass du Super Max bist. Ich kann nicht sehen, dass du... Hast du trinkt? Ich kann nicht mehr Zeit für diese Scheiße. Kommt, Max! Ach... Chloe! Jesus, Mann, was ist mit dir? Ich bin einfach glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich glaube, du musst sprechen. Keine Worte. Es ist alles gut. Ich bin glücklich, dass du mit mir auch bist. Was ist passiert, Max? Wir müssen Nathan finden jetzt! Sorry, wir sind. Wir sind. Wir gehen. Jetzt! Chloe, warte, hör! Ich kann gehen und hör, okay? Stopp und hör auf einmal! Okay, Max. Ich bin hör. Chloe, du kannst nicht in diese Party gehen. Du wirst... Du wirst, wenn du wirst. Du hast deine Macht benutzt, oder? Du hast deine Macht benutzt, oder? Und du hast Zeit mit Zeit und ich sterbe. Nicht so. Du solltest mich aufhören. Du solltest mich aufhören. Also, es ist kein Weg, dass dieser Punk-ass-B***, Nathan Prescott, mich aufhören. Du bist richtig, er wird nicht. Mark Jefferson hat dich, und andere. Jefferson? The Art Teacher? Das ist Scheiße! Nathan ist der fucking Serial-Killer! Wir sahen die Probe! Jetzt, entschuldige mich, ich gehe zu dieser Party, um sicher, dass er nie jemanden wieder hört hat. Ist du kommst? Nathan? Du bist so ein Dick-Schädel! Nathan ist tot. Nathan ist tot. Und du bist in Gefahr. Dieser P***er ist bereits tot? Wie kennst du das? Weil... Ich war da. Bitte sagst du mir genau, was passiert. Bitte. Chloe... Jefferson... ...drugged and kidnapped me. Ich war in seinem Bunker. Du hast keine Ahnung, was ich in der Hölle gegangen bin. Aber ich konnte nicht, dass du sterben. Du hast mich zurückgebracht, und ich kann dich wieder verlieren. Ich werde nicht. Max, ich... Ich bin so sorry. Ich war derjenige, der dich in all diese Scheiße. Niemand, besonders du, sollte dich durch das... Aber ich... Jetzt müssen wir Jefferson stoppen. Mit einer Bunker. Nein! Nicht so. Chloe... Ich kann nicht weiter fixieren. Ich werde alles machen. Wenn alles, was ich tun werde, ist, es über und über und über. Ich weiß, wie es sich aussehen wird. Und... Ich habe Angst, dass ich alle diese alternativen Realitäten weggebe. Warte, alternativen Realitäten? Was meinst du, Max? Was hast du getan? Ich habe lachen, Chloe... Ich wollte Dinge trafen, aber... alles hat verändert. Max, was sollst du sagen? Ich konnte zurück in Zeit zurück, bis zum letzten Tag, William war vivo. Ich habe ihn verletzt, aber... Aber du kamst du in eine Auto-Crasse. Du sah mein Vater wieder? Du war komplett verletzt. Du warst in Schmerz. Du warst langsam zu sterben. Und du... Du fragst mich, um... End deine Leben zu enden. Aber Chloe... Es gab keine Chance, dass ich das tun konnte. Ich musste zurück in diese Zeit, um zu sehen dich wieder. Ich musste... Gott, Max... Das muss man... Das muss man für dich... Ich... Ich bin so sorry, dass ich das wollte. Es war für dich... Aber ich hatte keine Ahnung, was würde passieren. Und... Und wie immer, ich habe alles verletzt. Und... Ich will niemals dich verletzen. Ever. Du musst mir glauben. Du musst mich... Natürlich. Du musst mich... Du glaubst... Du glaubst... Du glaubst... Du glaubst... Aber... Ich habe keine Ahnung. Du musst... Du musst... in deinem room... Und nichts machen. Dann... Wir erklären uns alles zu David. Und... Du musst mich... erzählen. Du musst... Du musst... erzählen mir genau, was ich getan habe und gesagt habe. Du musst... erzählen mir, dass ich durch die Zeit durchgebracht habe, mit der Bildung. Du glaubst mir? Ich werde immer glaubst dir, Chloe. Ich werde nicht... Das war's für heute. Das Ende bleibt gleich. Das war's für heute. 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 Was ist denn hier los? Was ist passiert? Was ist passiert? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh no. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll's für heute? Was soll das alles? Das war's für heute. Was macht? Was macht das Spiel hier gerade? Was macht das Spiel hier gerade? Was seid ihr bekloppt? Was? Das war's für heute? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kann ich da irgendwie sehen, auf welchen Raum ich rein muss hier? Na ja, man sieht es nicht wirklich. TV-Luge ist jetzt... Okay. Rachel, sie war mein Angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Six months ago, she just left Arcadia. Without a lot. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? So, I think I'm going to die. Before Rachel left, she said she left somebody who changed her. after life. Then poof. That's Rachel's Rachel. Why the fuck were you wearing that Rachel? Calm yourself, right? It was a gift. Do you see that Rachel and I would have been friends? You're not that distant. She had... has... has... three eyes, her images, and art. Plus, she is smart-ass like you. We would all be her best friends forever. I don't believe in Rachel. I miss Rachel too. But think about yourself now. Hold the fuck out of me. Don't tell me about what you said happened about her. I don't believe in Rachel. Sounds like we've totally crushed on Rachel. We would have too. Smart, sexy, and happy. Lightly, right? People thought of her. Maybe Rachel would have thought of her both of us. Rachel! Whatever you fuck! I wonder if Rachel has a room around here. This is the light to my face, Mac! I can't believe in Rachel. Everybody wants to care about her, until they go out. I'm leaving. Oh, Mac, I'm all in the room. I'm not actually in the room. Is that somewhere? Denner... The 224 is Rachel's Zimmer. Thank you, she's here. Ist das dein Racheal Amber Halloween costume? Because she looks beautiful. The fuck? Water on my cat, Mary? Do you know how does this fucking outfit cost? You've got to be seen as far as I was. You're the fucker, you just want to know something, right? Nothing, I don't even know what you said. I'm sorry, and I'm sorry to be able to survive. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Again, we have to be a little while now. Will you work your way off? I'm sorry. I'm sorry. I'll be sorry. I'm sorry, let's have a better life. You'll keep you calm down. Sie haben ja sie drückt. Ich muss ein Poster Was ist hier los? Sieht es aus! 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 Das bringt nichts! Es bringt alles nichts! Es ist nicht... Ein Buch! Was ist der Helle passiert hier? Egal was das hier ist, egal ob es eine creepy scheiße werden sie es ansehen in der nächsten folge bis dahin